Herzlich Willkommen in ein weiteres Video der Ökonomie der Menschlichkeit. Das geht jetzt etwas weiter in die Schweiz. Was hat Ökonomie der Menschlichkeit mit der Schweiz zu tun, werden wir gleich wissen. Ich lese da jetzt, er ist Unternehmer, Visionär, Entdecker und Legacy-Maker. Was immer das heißt, ich kenne das nicht, er wird es uns sagen. Er war Topmanager in der Schweiz, verantwortete jahrzehntelang namhafte globale Projekte in Milliardenhöhe. Und ja, langer Weg, viel Materieanerkennung, vielleicht wenig innere Erfüllung. Ob das so ist, wird er uns sagen. Herzlich Willkommen, Andreas Dudasch. Ja, herzlich Willkommen, Georg. Schön, dich zu sehen, ja. Es war ja eine wunderbare Überraschung, als du aufgetaucht bist. Wir haben ja letztes Jahr eine Wanderung gemacht in Österreich, weg der Menschlichkeit, 888 Kilometer, mit einem gemeinsamen Freund, der das begleitet hat, der Gregor Sieböck. Und ich weiß noch ganz gut, in Gastein bist du aufgetaucht aus der Schweiz, habe nicht genau gewusst, wir haben mal nicht gesprochen dann, weil du am nächsten Tag wieder weg warst, denke immer, das muss eine ganz, ganz große Motivation sein, dass ein Herr aus der Schweiz kommt, extra um uns einen Tag zu wandern. Und ich habe auch gleich gesagt, du kommst aus dem Management, du hast ein tiefes Bedürfnis. Magst du, Andreas, kurz sagen, wer du bist, wo du herkommst und ob das stimmt, dass du lange Zeit im Außen definiert hast, das Ihnen vielleicht gefehlt hat? Ja, genau. Ja, sehr gerne, Georg. Das ist vielleicht die Frage, wo ich ein bisschen ausholen muss. Und viele andere Fragen oder Antworten ergeben sich dann automatisch daraus. Ich versuche, mich so kurz wie möglich zu halten. Also ich muss bei meiner Kindheit starten, weil das hat einen ganz großen Einfluss auf meinen weiteren Weg bis zum heutigen Tag. Ich bin in der Schweiz zwar aufgewachsen, aber ich habe einen Migrationshintergrund. Meine Eltern waren Migranten, waren, beide sind mittlerweile verstorben. Mein Vater wuchs in Ungarn auf, hat sich sehr stark gegen den Kommunismus engagiert, schon 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg, hat eine eigene Partei gegründet und musste einen sehr hohen Preis bezahlen dafür. Er verbrachte dann über zehn Jahre in einem sibirischen Gefangenenlager, Arbeitslager. Er hat es zum Glück überlebt, kam dann in die Schweiz und musste sich wirklich ein neues Leben aufbauen. Und er hat mir immer so drei Erfolgsprinzipien mit auf den Weg gegeben und hat gesagt, Andreas, authentisch sein und bleiben, folge dem Ruf deines Herzens, deines Kerns oder deiner Seele, würdest du jetzt sagen, Georg. Sei geduldig und zeig vor allem auch Wertschätzung für die Andersartigkeit, weil jeder Mensch ist einzigartig. Also eben die Menschlichkeit in diesem Sinne. Wir sind alle einzigartig, haben dieses Recht, das auch zu leben, aber das heißt auch Wertschätzung zu zeigen. Und das hörte sich zwar einfach an als kleines Kind noch, aber dann fing es an, ich ging in die Schule, wurde gemobbt wegen meinem Hintergrund, meines Vaters. Und wenn wir gemobbt werden, also sprich uns die Liebe entzogen wird, was tun wir? Wir ziehen uns zurück oder wir fangen uns an zu verbiegen. Wir sind nicht mehr authentisch, nur in der Hoffnung geliebt zu werden. Und genau das tat ich. Und dann tat ich eigentlich alles in den nächsten, man kann fast sagen folgenden 25 Jahren, um nur eins zu beweisen, immer aus der Angst nicht zu genügen, der Gesellschaft nicht zu genügen, den sogenannten Normen nicht zu genügen und geliebt zu werden, tat ich alles, was andere von mir erwarteten. Ich folgte nie meinem Ruf, nicht meiner Berufung. Ich habe dann mit Ach und Krach so ein Hochschulstudium hingebogen, sage ich jetzt bewusst, weil in der Schule, wenn man seinem Herzen nicht folgt, dann funktioniert es nicht. Also so mit Ach und Krach kam ich dann durch. Habe Bauingenieur studiert ursprünglich, das habe ich dann wirklich auch eine Faszination ein bisschen entwickelt für das Thema Wasserkraft, erneuerbare Energien und habe dann weltweit wirklich ganz, ganz große Projekte durfte ich abwickeln, Milliardenprojekte, weil bei meinem ersten Job, das war auch so ein Wink vom Leben vielleicht, sind meine beiden Chefs bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückt und dann musste ich mit 27 relativ schnell viel Verantwortung als Abteilungsleiter und eines Milliardenprojektes übernehmen, weil es gab einfach keine andere Lösung und der Aufsichtsrat, der Verwaltungsrat, wie man hier seit in der Schweiz, ja, es vertraute mir wirklich und dann tat ich das sechs, sieben Jahre lang mit einem entsprechenden Burnout, also ich landete dann im Krankenhaus, weil ich habe dann ja natürlich alles immer aus dem Kopf gemacht, mit Disziplin, mit mentaler Stärke, aber nie aus dem Herzen. Und so ging dann die Odyssee weiter. Ich wechselte dann den Job, also das heißt, beim ersten Job in diesem riesen Milliardenprojekt hatte ich zuerst 20 Millionen Franken Verlust eingefahren, weil ich eben nie authentisch war. Und wie kann man Menschen führen? Wie kann man sich selber fühlen, wenn man nicht authentisch ist? Und ich zahle den hohen Preis, verbrachte einige Zeit im Krankenhaus, erholte mich wieder und habe mich dann nach diesem ersten Zwischenfall wirklich aufgerappelt, habe mich angefangen zu verändern, mehr auf mich zu hören, zu meinen Idealen zu stehen und es wurde dann großer Erfolg daraus, verließ dann aber Mitte 30 dieses Unternehmen und sagte mir so, tu endlich, was du tun willst oder was dein innerer Ruf sagt. Und das war immer noch nicht klar, denn es ging eine richtige Odyssee los. Zuerst nach Norwegen, nochmals Weiterbildung gemacht, eine MBA zurück in die Schweiz, in die Unternehmensberatung, dann bei der ABB. Und ich habe gemerkt, ich bin immer relativ schnell in Führungspositionen reingerutscht, in sehr verantwortungsvolle Positionen. Letztlich auch, ich sage es jetzt wegen meiner menschlichen Führung, dieser Wertschätzung für Menschen und wegen dieser Einzigartigkeit, die mich immer fasziniert hat am Menschen, aber ich war sehr schnell einsam an der Spitze. Einsam in diesem Sinne, viele meiner Kollegen konnten diese Haltung nicht teilen, also wechselte ich wieder den Job. Ich habe mich dann 2010, nachdem ich wirklich fast die halbe Welt gesehen habe, das war immer ein großer Traum in Entwicklungsländern zu arbeiten und da habe ich mir wirklich viel erfüllt. Ich war lange in Indien, in Pakistan, ich war im Iran, ich war im Bhutan, also wirklich faszinierende Länder, auf meiner beruflichen Karriere gesehen, aber es war immer so, wie du richtig sagst, die Lehre. Es war immer das Suchen. Was ist denn meins? Wozu bin ich da? Was will ich der Welt zurückbringen und geben? Und was ist mein Potenzial? Und so habe ich dann 2017, nach verschiedenen Interimmanagement-Jobs und so weiter, wirklich beschlossen, so, nimm dir Zeit, hör endlich hin und reflektiere, was sind deine Talente? Was ist dein Potenzial? Was willst du der Welt zurückgeben? Und dann habe ich ein riesen Talent entdeckt, eben Menschen zu zeigen, relativ schnell, welches ihr wahre Purpose, ihre Berufung ist. Hab dann seit 2017 über 400 Menschen jetzt auf diesem Weg begleitet. Und dann kam in der Covid-Krise, sage ich, der größte nächste Weckruf 2022. Das war auch der Auslöser, warum ich da mit euch mitgelaufen bin, unter anderem. Nämlich, ich habe mir gesagt, Andreas, es geht nicht mehr um dich. Es geht nicht um Sego. Es geht um Menschen. Es geht um unsere Erde. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, Georg, ich kann dir nicht sagen, warum und wie das passiert ist, kam so ein Impuls aus dem Leben raus, der mir sagt, Andreas, und das sage ich heute allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, I am on mission for earth. Ich bin im Auftrag der Erde unterwegs. Nicht für mich, nicht mein Ego, aber das brauchte auch lange Zeit. Mit vielen auf und ab. Mein erstes Unternehmen, das ich gegründet habe selbst, ging nach 18 Monaten bankrott. Ich weiß heute warum. Nicht, weil ich ein schlechter Unternehmer war zu dieser Zeit, sondern ich habe nicht auf mein Herz gehört. Ich bin mit meinem ganzen Vermögen, das nicht wenig Geld war, nach Indien, habe alles in die Solarenergie investiert und es ging in die Brüche. Warum? Mein Herz sagte mir immer, Andreas, das ist nicht dein Ding. Und du kannst viel andere Dinge bewegen, aber nicht mit Solaranlagen auch Millionär werden, was letztlich auch so ein bisschen, ja, schon auch meine Intention war, erfolgreich zu sein, was Gutes zu tun. Aber das Universum hat mir gesagt, Andreas, vergiss es, stopp, das ist einfach nicht dein Ding. Und jetzt 2022, dieser Weckruf, was passiert? Ich habe mir gesagt, okay, ich hole mir jetzt Menschen, die genau das, was ich durchlebt habe. Und das sind nicht wenige, Georg. Das sind ganz viele, nämlich Unternehmer, ganz vermögende Menschen zum Teil, die ich kennengelernt habe, die im Außen alles erreicht haben und ihnen trotzdem immer noch diesen Ruf spüren. Hey, warum bin ich da? Was will ich der Welt hinterlassen? Welche Spuren? Und wenn es nur ein Top-Banker ist oder ein Top-Banker ist, der nur Schäfchen hütet auf einer Alm und das sein Ding ist, dann hinterlässt er ganz andere Spuren, ja, als wenn er weiter in seinem Job drinsteckt. Und deshalb nenne ich mich heute der Legacy-Maker. Also ich hatte wirklich, es brauchte auch Mut, rauszugehen und sagen, ich zeige euch den wahren, euren wahren Purpose und ich helfe euch, aus dieser immensen Kraft des Purpose ein Vermächtnis aufzubauen, welches euch erfüllt und die Welt von morgen positiv transformiert. Und seit ich DSO rausgehe, kommen auch Menschen zu mir, ganz, also wahnsinnig Menschen, Persönlichkeiten, die wirklich auch Macherqualitäten haben und die sagen, Andreas, ich möchte diesen Weg gehen und jetzt gerade bin ich dran mit einem ehemaligen super Spitzensportler, Weltmeister, der eigentlich, der hat alles erreicht, x Unternehmen noch geklöntet, viel Geld verdient und mit 40 sagt Andreas, ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingehen soll, aber ich will was dieser Erde hinterlassen, was zurückgeben. Und mit ihm glaube ich... Das berührt mich sehr, Andreas, berührt mich sehr. Und ist jetzt die Zeitqualität auch da? Das ist das, was ich auch immer fühle, dass vor 15 Jahren dieses Hinterfragen noch einen tieferen Lebenssinn und nicht da war und jetzt ja? Kann man das so sagen? Das ist so. Also, wenn man vor zwei Wochen war, in der Neuen Zürcher Zeitung ein Artikel, zwei, drei Wochen waren es jetzt, glaube ich, und da stand drin, dass 1,2 Millionen Menschen in der Schweiz innerlich gekündigt haben und auf Jobsuche sind. Man muss sich das mal vorstellen. Also, nebst der großen Herausforderung des Fachkräftemangels, oder den wir alle erleben in verschiedensten Branchen, sind Menschen, sie wachen auf. Dieses Thema Sinn, Purpose, ja? Wozu bin ich da? Für wen will ich eigentlich arbeiten? Warum macht das Sinn, für die Firma XY meine Energie reinzugeben, wenn die Produkte und Dienstleistungen keinen Sinn machen? Und in Deutschland gab es vor einigen Monaten eine wunderschöne Umfrage, ich musste schmunzeln. Fast drei Viertel aller Verkäufer, die befragt wurden, sagten, also das Produkt, das ich verkaufe, würde ich selbst nie kaufen. Also, eben das Thema Sinnhaftigkeit, Sinnfindung, dass der Welt was zurückgeben. Ich sage, wir in unserer Kultur haben das Privileg, in der Maslowischen Pyramide eigentlich ganz oben angelangt zu sein. Wir haben schon die Spitze erklimmt und die oberste Spitze nach Maslow ist ja Selbstverwirklichung oder eben Sinnfindung. Und dann geht es nicht mehr um uns, um unser Ego mit allen Ängsten und so, sondern wenn wir eines Tages spüren, wer wir sind und was wir der Welt zurückgeben wollen und warum wir überhaupt hier sind, dann spielen auch Ängste keine Rolle mehr, weil wir sind nicht mehr im Auftrag unseres Egos unterwegs, sondern im Auftrag von einer, von einer, was ganz andere Kraft. Und dann kommt dieser, dieser, wie soll ich sagen, Beitrag, den wir auch leisten können und der uns zutiefst erfüllt, letztlich. Wunderschön. Eines, was mich da jetzt, ja, was ganz stark da war von dir, Andreas, dein Großvater hat dir sowas mitgegeben. Das war ja da völlig untypisch, weil das hat sich ja eigentlich im Außen definiert und er hat gesagt, folge deinen inneren Ruf und all diese Dinge. Das ist ja eine absolute Besonderheit, oder? Ja, also es war nicht mein Großvater, mein Vater. Aber ja, aber trotzdem, ja, er hat das mitgegeben. Er hat immer gesagt, Andreas, die wichtigste Lektion ist leider sehr früh gestorben. Also ich war da 25 und er hat immer gesagt, Andreas, du musst einfach Authentizität, das ist das Wichtigste, wirklich auf dich zu hören. Was kommt aus dem Herzen? Ja, wir alle haben irgendwas, was da drinsteckt. Talente, eine Veranlagung und auch, wir sind aus bestimmten Gründen in eine bestimmte Umgebung hineingeboren worden. Du in deiner Umgebung, ich in meiner Umgebung mit meinem Hintergrund. Wir haben eine Art Lebensauftrag, da bin ich sowas von überzeugt, wie eine Firma übrigens auch eine klare Mission hat. Und das ist heute ja auch ein Riesenthema in vielen Firmen. Es ist Mission, es ist nicht irgend nur ein Lippenbekenntnis. Ja, wir schreiben es mal auf die Webseite, damit es gut aussieht und die Kunden das Gefühl haben, wir wissen, wo es hingeht. Mission ist die Seele eines Unternehmens. Und wenn ich an der Uni eine Vorlesung gebe und die Studenten frage, die meisten sind schon berufstätig, Mitte 30, in den Kaderschulen, wo ich unterwegs bin, dann frage ich sie immer zwei Dinge. Kennt ihr die Werte eures Unternehmens und wenn ja, welche Werte verkörpert ihr? Und die Mission, wie ist die entstanden und was ist das genau? 80% können wir diese Frage nicht beantworten. Ich gehe dann aufs Web, schauen da auf der Internetseite, finden dann nichts, oder? Und dann sage ich, schau, das sind elementare Dinge, wo eben, weshalb heute diese vielen, wie soll ich sagen, auch Kündigungen passieren, weil die Identität nicht mehr stimmt. Und zurückzukommen auf meinen Vater, hat er immer gesagt, Andreas, du musst nur bereit sein, den Preis zu bezahlen. Ja, er hat einen hohen Preis bezahlt, um seine Authentizität zu leben. Ich meine, zehn Jahre Arbeitslager, das ist nicht, irgendwie steckt man nicht einfach so weg. Aber er hat gesagt, schau, mir wurde alles weggenommen im Außen. Ja, ich habe alles verloren, meine Ausbildung, ich habe ein Studium angefangen. Aber im Innen konnten sie mir nichts wegnehmen. Meine Ideale und Werte, die gehörten immer mir, die konnten sie mir auch nicht rausprügeln. Und den Preis zu bezahlen, ja, der war in diesem Falle sehr hoch. Und was braucht es in der heutigen Zeit eigentlich nur eines? Mut und Taten, ja? Denn wenn wir zu Hause sitzen und uns überlegen, okay, was könnte jetzt mein Weg sein? Wir spüren das, aber nichts tun, ja? Dann passiert auch nichts, ja? Tun heißt auch, den Mut zu haben, aus der Komfortzone zu springen und einfach zuzulassen, was passiert. Und wir sind alle, auch ich, immer so gesteuert. Ziele, Ziele erreichen, aber das sind Risiken. Und ja, wenn es dann nicht funktioniert, dann verliehe ich so viel Geld. Ja, also, ich bin so froh, bin ich x-Male gescheitert. Nur so falle ich immer näher zu meinem Kern und ich habe extrem viel gelernt auf diesem Weg, ja. Beeindruckend, absolut. Und du bist da immer wieder neue Wege gegangen, hast immer wieder neu erfunden, unter Anführungszeichen. Das ist ja interessant, die alte wissenschaftliche Lehrmeinung, dieses Paradigma. Man muss sich abgrenzen. Es geht um Gewinnmaximierung. Das ist ja interessant, dass man dem immer noch folgt. Wer sagt denn, dass das jetzt noch zeitgemäß ist? Aber es ist schon sehr, sehr interessant. Der Gregor hat ja auch gesagt, unser Freund. Er hat Jahre gebraucht, dass damit gewisse Dinge wieder losgeworden ist. Was mir jetzt wichtig wäre, Andreas, du bist ein totaler Praktiker. Du erwähnst das ja immer wieder. Jetzt schaffen wir eine Ökonomie der Menschlichkeit. Und die ist im alten Wirtschaftsbild ja auch Träumerei, weil man muss ja die Menschen entkoppeln. Man muss eine künstliche Intelligenz schaffen. Und wir sehen einfach in sehr, sehr vielen Branchen, dass der Mitarbeiter kein Minus in der Bilanz ist, sondern ein schwingendes System, das Menschen berührt, das Wunder schafft. Also das ganz, ganz entscheidend wichtig ist, wenn man eben auch nach innen geht. Wie würdest du das jetzt sagen? Ist das ein Potenzial? Wie siehst du denn die Ökonomie der Menschlichkeit? Hat die Potenzial oder ist es tatsächlich eine Träumerei von uns? Ja, also ich bin da ganz klar. Es geht wieder um KI, das ist die nächste Stufe in den Zyklen, Kontradief-Zyklen, wenn man es anschaut, künstliche Intelligenz, oder? Wir stecken eigentlich voll schon drin. Einige Unternehmen, die sind zwar immer noch im Automatisierungszeitalter, so um 1990 stecken geblieben. Das ist auch nicht schlecht, aber letztlich, es geht nicht um technologische Sprünge und solche Dinge, sondern es geht letztlich nur um eines, um die Energie in einem Unternehmen. Und die Energie, und das ist wissenschaftlich bewiesen, da kann man in verschiedensten Quellen nachlesen und ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema organisationale Energie auseinandergesetzt, weil ich auch das Thema Purpose-Findung und Visionen kreieren und so weiter sehr stark auch doziere und Potenzialentfaltung auch ganz klar ins Zentrum der Führungsausbildung in diesem Sinne stelle. Und es ist bewiesen, zum Beispiel Prof. Dr. Heike Bruch von der Hochschule St. Gallen, die Harvard Business School, mit 120'000 Menschen Umfragen gemacht, es kam immer zum gleichen Resultat. Der Mensch ist der Energieträger, er füttert das Unternehmen mit Energie. Und es gibt eigentlich drei Energieebenen, beziehungsweise dann die vierte, die daraus resultiert. Zuerst die mentale Energie, das ist die Kraft der Konzentration. Ich meine, ich frage dich, Georg, können wir uns heute noch konzentrieren? Das ist ein riesen Challenge. Wir haben so viele Aufgaben, verzetteln, aber wenn wir dann mal unseren Purpose kennen, den Auftrag der Firma und auch Mut haben, dazu zu stehen und nicht ständig diversifizieren und uns fragen, wie sollen wir uns differenzieren und so weiter, dann kommt dieser der Fokus. Dann der nächste Pfeiler ist die emotionale Energie, das ist die Kraft der guten Gefühle. Wenn ich Umfragen mache, ich habe eine App programmiert, um diese organisationale Energie zu messen, weil es gibt einfach noch nichts Brauchbares. Die Wissenschaftler reden zwar darüber, aber dann kommt jetzt der Andreas, der Praktiker, wieder. Ich will es auch messen, ich will sehen, was da passiert. Habe ich eine App konstruiert oder programmiert, basierend auf einer ganz simplen Umfrage, um diese Energieebenen zu messen? Und da sagen zwei Drittel aller Mitarbeitenden, Andreas, Kraft der guten Gefühle in meinem Unternehmen, vergiss es. Ich meine, was ist die grösste Kraft der guten Gefühle? Die Freude und Spass zu haben. Und da sind wir beim Thema Berufung. Und das Verrückte ist, ich bin auch hier ganz klar, die Unternehmen realisieren jetzt, hey, wir müssen Mitarbeitende nicht nur finden, wir müssen sie halten. Und jetzt sehe ich schon Inserate. Und ich finde das gut, das ist super, es geht genau in die richtige Richtung. Wir bieten euch die Möglichkeit, dass ihr bei uns die Berufung leben könnt. Jetzt so einfach ist es eben nicht. Ich hatte nämlich, ich habe einen CEO begleitet in einem Change-Projekt in einem großen IT-Unternehmen und dann geht er mutig raus und sagt von der ganzen Belegschaft, also bei mir könnt ihr alle die Berufung leben. Am nächsten Tag hat er über 20 Leute bei sich im Büro und er hat gesagt, ja, aber Beat, was ist denn meine Berufung? Und dann, ein Programmierer haben wir dann rausgefunden mit Coachings und allem, eigentlich ist er der geborene Seelsorger. Also er hat immer gesagt, ich möchte eigentlich Priester sein, obwohl er ein brillanter Programmierer ist. Der CEO war clever genug, im Kern der Seelsorge zu erkennen, was er eigentlich braucht. Also sprich, er hat dann eine Academy gegründet intern, damit er dort seine seelsorgerischen, Talente und auch dieses Begeisterungspotenzial leben kann. Also es ist vieles möglich und wenn es nicht möglich ist, dann lässt man solche Leute lieber ziehen, weil sie finden ein erfülltes Leben und das Unternehmen kann neue Energie aufbauen. Das ist ein völlig anderes, neues Denken und es gibt viele Wissenschaftler und auch wirklich Praktiker, die genau mittlerweile so denken zum Glück. Und dann haben wir die dritte Energieebene und das ist meine Lieblingsenergieebene. Die spirituelle Energie, die Kraft der Sinnhaftigkeit. Und wir leben jetzt im Zeitalter der Sinnhaftigkeit, wo Menschen sich fragen, was kann ich als Beitrag für ein grösseres Ganzes leisten? Das grössere Ganze ist unsere Erde. Ich sage immer wieder, das ist mein Spruch, es ist fünf nach zwölf, aber noch lange nicht zu spät. Das ist mein Spruch. Also das heißt, es gibt ja viele Leute, die sagen, Andreas, vergiss, es ist eh vorbei. Was will ich als kleines Rädchen noch bewegen? Wir können als kleines Rädchen extrem viel bewegen. Wenn man so eine Maschine anschaut oder ein Uhrwerk, wenn ein kleines Zahnrädchen nicht funktioniert, funktioniert das ganze Uhrwerk nicht mehr. Also das ist die Kraft und die Energie, die wir reinstecken können. Und dann last but not least möchte ich abschliessen, die vierte Energieebene ist die körperliche. Deshalb haben wir heute so viele Burnouts. Wenn wir keinen Spass haben, den Sinn nicht finden und letztlich uns auch nicht konzentrieren, das heißt viele Aufgaben lösen ohne Fokus, dann haben wir das sogenannte Burnout. In der Schweiz hatten wir letztes Jahr etwa 8 Milliarden Schweizer Franken Gesundheitskosten, offizielle Zahl der Regierung, aufgrund depressiver Krankheiten. Letztlich auch, weil eben die Menschen sich verloren fühlen und auch mit Veränderungen nicht mehr umgehen können. Ja. Du überschlägst dich, Andreas, und das ist so, so toll. Und wir hätten gesagt, eine halbe Stunde ist einfach nicht machbar. Ich hätte x Fragen. Aber was für mich jetzt ganz, ganz wesentlich ist, wir haben tolle Unternehmer, ich führe Gespräche, die sagen, ich möchte nicht mehr so weitermachen wie bisher, aber ich muss jetzt nochmal durchkämpfen. Und es gelingt über den Kampf nicht in die Freiheit zu gehen. Das ist definitiv so. Und wenn man dann ein paar Wochen oder ein paar Monate später spricht, die gleiche Situation. Ich kann ja nichts Neues schaffen mit den gleichen Mitteln. Also das hat ja Einstein schon gesagt, dass das ein Absurdum ist. Aber jetzt hast du gesagt, die Emotion ist eben der zweite Teil ganz wesentlicher gewesen. Und du warst ja auf allem auch dabei, bei uns ein paar Tage. Also du bist richtig einer, der hineingeht, der investiert, der da ist. Also vielfache Überraschungen. Und jetzt haben wir ja die Wirtschaft in der Vergangenheit über die Analytik aufgebaut. Das hat auch funktioniert. Und jetzt wird es immer irrationaler. Und ein Gefühl, Gerald Hüther, wie du weißt, ist einer der Geburtshelfer, einmal von der Person zum Mensch zu kommen, wie er sagt, vom Objekt zum Subjekt. Das ist schon mal völlig neu, dass mich mein Kunde, mein Gast als Mensch interessiert. Und das ist schon mal eine ganz andere Verbindung. Und eben das Gefühl. Und du hast gesagt, der Freude folgen. Freude. Das ist unser gemeinsames Anliegen. Ich glaube, das weißt du jetzt noch gar nicht, oder? Das hat sich jetzt entwickelt. Und wir sehen mit der Freude, Andreas, im Unternehmen als gemeinsames Anliegen, dass ganz ein anderer Dialog passiert. Wir machen auch Freudeabende unter den Mitgliedern, wo sich die austauschen. Da starten wir jetzt in Kürze mit dem Ersten. Und ich bin nicht mehr in der Kritik, ich bin nicht mehr im Ego, sondern ich erinnere nur an ein gemeinsames Anliegen. Und das hat Gerald Hüther auch so oft betont. Wenn es uns gelingt, ein gemeinsames Anliegen zu finden, also alle in dem Fall der Freude folgen, dann ist das eine Riesendynamik, weil wir aus der Angst kommen, in ein Gefühl, das viel höher schwingt und das eine ganz andere Dynamik hat. Und das ist jetzt richtig erweckt, wo wir schon spüren, das macht es. Es wird eine Logotafel, ich habe die jetzt gerade nicht bei der Hand, ich hätte es sonst gern gezeigt, habe nicht gedacht. Also richtige Logotafel-Ökonomie der Menschlichkeit, sehr hochwertig. Und da laden wir in die Geschäfte, in die Hotels ein. Und das steht richtig, richtig sehr plakativ beim Eingang. Und man lässt sich auf das Thema Menschlichkeit ein. Wir haben extrem unterschätzt, wie herausfordernd ist ein Unternehmen, das sich richtig als Mensch zeigt. Oft wird gesagt Greenwashing und das Nutzen. Ich habe ganz das Gegenteil erlebt. Die Leute sagen, so menschlich bin ich auch wieder nicht. Ich brauche noch eine Zeit. Also diese Selbstermächtigung, die jetzt so wichtig ist und den Wert des Unternehmens zu zeigen, da motivieren wir und da sind wir jetzt sehr gut unterwegs. Und ich glaube, da steckt auch ganz viel drinnen, was du gesagt hast, dass es genau um diese Dinge geht. Dass man gewisse Dinge kann man nicht kaufen bei einem Mitarbeiter. Der fühlt sich wohl oder nicht. Der kommt und wenn er bleibt, nur dann, wenn er ein gutes Gefühl hat. Und das ist eine große Chance. Und das hat Gerald Hütter, der Gehirnforscher 2017, auch schon gesagt. Da hat alles funktioniert. Und er hat gesagt, wir sind in einer Zeit, wo es einen totalen Mitarbeiter-Empass geben wird. Und weil man gewisse Dinge nicht kaufen kann. Damals haben wir noch eher ein bisschen gelächelt drüber, weil das war noch nicht da. Und ein, zwei Jahre später ist die Geschichte schon gekommen. Aber jetzt, um auf die Chancen zu lenken. Andreas, was wäre jetzt eine Geschichte vom Unternehmer? Der sagt, ja, ich möchte mir öffnen. Es ist für mich neu. Ich habe mich innen noch nicht reflektiert. Das ist eigentlich so ein offener Raum, der man ein bisschen Unbehagen in dem Sinne macht. Und dennoch spürt man immer mehr, das braucht, das bringt uns weiter. Spiritualität wird von vielen, oh, was ist Spiritualität? Wie kann das jetzt gelingen, dass man aus der Ratio, die uns festhält, die auch wichtig ist in der Umsetzung, aber nicht als Chef, wo hättest du da einen Tipp, wie das gelingen kann? Was braucht es dafür? Ja, also, es ist ganz einfach. Und zwar, die Antwort ist so einfach, wie sie danach komplex oder kompliziert tönt. Nämlich, es gibt zwei Dinge. Im lauten Getöse hören wir nichts mehr, oder? Also, das laute Getöse ist die Komplexität im Markt, sind die sehr schnellen radikalen Veränderungen, die stattfinden. Veränderungen gibt es immer. Und wir stehen erst am Anfang, behaupte ich. Die Finanzwelt, das Finanzwesen wird noch ziemlich arg durchgeschüttelt werden in den nächsten zwei Jahren, da bin ich überzeugt. Dann die ganzen Thematiken in der Umwelt, Nachhaltigkeit, aber auch soziale Unruhen werden zunehmen, weil die Menschen werden unruhiger. Je schlechter, dass es ihnen geht, jetzt mal überspitzt formuliert, desto mehr werden Dinge aufbrechen. Und das sind alles Einflüsse von außen, die jedes Unternehmen betreffen. Und dann kommen die Kunden, die einen gewissen Bewusstseinssprung machen. Das heißt, wir sind extrem gefordert. Aber in diesem lauten Getöse hören wir nichts mehr. Was heißt das? Die Stille suchen. Und da gibt es Menschen, die suchen einfach die Stille. Also Top-Manager, die brechen dann aus und sagen sich, okay, ich gehe entweder auf eine Reise. Und sie sehen mal eine Reise zu mir selbst, um zu spüren, warum bin ich überhaupt hier? Was will ich? Will ich noch so weiter tun? Ich meine, im besten oder schlimmsten Fall steigen die Leute dann aus und tun etwas völlig anderes, weil sie sagen, ich bin nicht beim richtigen Ort zu diesem Zeitpunkt. Da muss jemand anderes rein. Für mich gibt es jetzt eine andere Aufgabe. Es gibt Menschen wie der Bodo Janssen. Ich hatte ihn in meinem Zukunftssummit im November im Interview, der Bodo Janssen von der Obstalsbundkette. Ich meine, er wurde auch aufgerüttelt durch eine Mitarbeiterumfrage. Er hatte immer das Gefühl, also bei mir läuft alles perfekt. Und dann kam diese Umfrage zurück und über 80 Prozent sagten, also Bodo, eigentlich brauchen wir einen neuen Chef. Und ich meine, er hätte gehen können, aber hat sich gesagt, nee, ich gehe ins Kloster. Ich reflektiere. Ich höre mich hinein. Ich möchte mich verändern. Und das ist eigentlich, was ist Spiritualität? Spiritualität ist die Auseinandersetzung mit unserem innersten Kern. Nichts anderes. Das sind universelle Gesetze wie die physikalischen Newton'schen Gesetze. Ich bin Ingenieur und Physiker. Ich meine, ich glaube an die Spiritualität genauso wie an die Newton'schen Gesetze. Das ist einfach ein Gesetz. Und Gesetze, die sind unumstößlich. Das ist das eine. Und das andere, was zu tun ist oder was man tun kann, eben in die Freude gehen. Wirklich hineinhören. Was macht mir Spass? Ich hatte so viele Leute bei mir, Kunden, Menschen. Ich sage das nicht Kunden. Das sind meine Begleiter in meinem Leben. Eine Ärztin, top erfolgreich in einem Krankenhaus. Chefärztin kommt zu mir und sagt, Andreas, ich kann einfach nicht mehr. Ich sehe keinen Sinn mehr. Ich bin ausgebrannt. Ich arbeite zum Teil 16 Stunden pro Tag in diesem Krankenhaus, weil wir haben Fachkräftemangel und, und, und. Und dann habe ich mir diese Coachings gemacht und ihr aufgezeigt, wo eigentlich ihre Zukunft liegen könnte, welches Potenzial noch brach liegt. Und dann sagt sie zu mir, Andreas, ich spüre das einfach nicht. Und dann sage ich, okay, wir machen einen Deal. Wie kannst du spüren, nur indem du in alles, was uns ja entspricht, im Kern, ist ja Liebe. Also es macht Freude. Also es ist genau diese Herzensenergie, die kommt. Und wie können wir die finden, indem wir was tun, das uns wirklich Freude macht? Und dann habe ich sie zu uns in den Garten geschickt. Ich habe gesagt, ich suche schon länger eine Gärtnerin, die uns ein bisschen hilft da im Umschwung. Hättest du los? Und sie sagt, ja, super. Solche strahlenden Augen. Und dann kommt die Tat. Dann zurück ins Unternehmen hat sie gesagt, so, ich nehme eine Auszeit, drei Monate. Ich gehe jetzt Garten pflegen, Punkt, fertig. Und in diese Tätigkeit, die sie richtig von ganzem Herzen liebt, kamen dann plötzlich die Impulse und auch die Ideen. Es kamen Visionen für ihre Zukunft. Diese Frau hat sich in den letzten sechs Monaten völlig gewandelt. Sie geht auch mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern völlig anders um, weil sie es selber erlebt hat. Und wir können, Georg, doch nur geben, was wir selbst schon besitzen. Wenn du sagst, Andreas, ich gebe dir eine Million, dann sage ich, super, hast du sie? Und dann sagst du, ja, sehr wahrscheinlich nicht. Also kannst du sie mir auch nicht geben. Und so ist es mit allen, mit unseren Werten. Wir sind Vorbilder. Wir können das geben, was wir haben. Und wenn es die Menschlichkeit ist, wie du es nennst, oder die Wertschätzung, die Freude, dann müssen wir es authentisch vorleben. Jede Sekunde dieses Lebens. Und das ist meine Empfehlung, diesen Weg zu suchen in die Selbstreflexion. Aber es kann meiner Meinung nach nur in der Ruhe, in der Stille passieren und nicht im Getöse des Daily Business, ja. Definitiv. Da mit der Freude haben wir sicher ein ganz schönes Instrument. Weil wir sind auch, wir sind bei uns, wir brauchen eine gemeinsame Erkennung auch in der Gesellschaft. Und wir wollen ein Freude Ende schaffen. Also du hast ja Puttan erwähnt, einmal in die Gesellschaft zu fragen, wie geht es uns mit der Freude? Und das sieht im Moment gar nicht so gut aus. Aber um das geht es nicht. Sondern wir wollen einmal ein Level haben. Und das ist kein Glücksforscher. Da sind wir schon mit einer Uni in Kontakt. Und dann sagen wir Unternehmer, Unternehmerinnen helfen mit, dass die Freude in der Gesellschaft in dem Sinn mehr wird. Und das hat eine Riesenenergie. Und da werden auch Medien dabei sein. Wir haben am 12. Mai so ein Unternehmerfrühstück, wo Journalisten, Medien dabei sind, wo es genau um diese Dinge geht. Und weißt du, was interessant ist? Wir haben einen ähnlichen, ich habe jemanden kennengelernt, der ähnlich tickt wie du. Der war sehr erfolgreich im Außen. Hat lange für Playboy fotografiert, war in Amerika und hat richtig Materie ohne Ende erlebt. Und desto erfolgreicher geworden ist, desto leerer ist er innerlich geworden. Und der war beim letzten Geschichte dazu dabei und hat ihm auch über Freude berichtet, dass die oft im Außen gesucht wird, aber nur im Innen findbar ist. Der hat ein bisschen den Eindruck gemacht, als wenn er Aussteigertipp war. Ist er überhaupt nicht. Sondern er fotografiert jetzt aber authentisch, ehrlich, ohne irgendwas zu beschönigen und eben den direkten Ausdruck des Lebens als Mensch und nicht irgendeine künstliche Person. Und das ist auch interessant. Weil wenn du so erfolgreich bist, auszusteigen, auch bei dir, das ist die absolute Herausforderung. Und da klopft dann irgendwer und die Seele, wie immer, schon sehr, sehr stark an. Und das ist jetzt der Zeitgeist. Und die Chance ist aus meiner Sicht viel, viel größer für die kleinen Mittel. Und die Frage ist, wer mir ganz wesentlich von Depperwein, den ja ganz viele kennen, sagt, wie entscheidend wichtig aus seiner Sicht ist, vom Denken in die Wahrnehmung zu gehen, also Beobachter zu werden. Wie gelingt es, dass ich mehr in der Wahrnehmung bin und nicht im Denken, wo ich diese Dinge jeden Tag wiederholt habe? Hast du da noch nie? Ja, also die Wahrnehmung ist wieder genau das gleiche wie vorher. Aber wenn wir natürlich ständig überladen sind mit, sage ich jetzt mal, Fragestellungen, die uns beschäftigen, rein mental, rational gesehen, dann haben wir gar keine Möglichkeit, unsere intuitiven Kräfte überhaupt zuzulassen. Und ich glaube, es sind zwei Dinge. Zulassen und gleichzeitig loslassen. Also was heisst loslassen? Ich habe das erlebt, als ich noch jünger war in diesen anspruchsvollen Management-Positionen. Ich hatte Angst zu versagen. Ich hatte Angst zu delegieren. Warum? Angst, mich zu blamieren. Ich konnte doch nicht Dinge delegieren und sagen, ich kann es nicht. Nee. Der grosse Andreas, der kann doch alles. Mit der Konsequenz, dass ich dann zwei Jahre später 20 Millionen Euro in den Sand gesetzt habe und selbst im Krankenhaus landete. Das war der erste grosse Weckruf. Und das heisst für mich heute einfach auch den Mut zu haben, gross zu denken. Gross heisst, grosszügig zu sein. Im Sinne auch mit mir selbst. Und zu sagen, ich kann nicht alles leisten, was ich vielleicht müsste nach Jobprofil oder was mein Verstand mir sagt. Und auch die Subpersönlichkeit. Da gibt es ja ein paar ganz perfide, wie die Angst, die Scham und die Kontrolle. Die halten uns immer, unser Ego eigentlich im Griff. Du darfst nicht, du kannst nicht, du solltest nicht, du zeigst dich nicht. Ja, aber sich da zu lösen, da gibt es nur eins, loszulassen und vor allem auch zu akzeptieren. Also wenn ich Angst habe vor was? Da wegrennen, das bringt nichts, sondern mit Angst zu reden und zu sagen, ja, ich spüre dich. Ich akzeptiere das, aber ich bin jetzt gross genug. Ich kann meinen Weg weitergehen. Ich vertraue meiner inneren Stimme und mich einfach von allen Dingen entledigen, die keinen Sinn machen. Schau, Beispiel aus meinem Leben, das jüngste Beispiel Mitte letztes Jahres, als ich mich beschlossen habe, in diesem Sinne einen noch radikaleren neuen Weg zu gehen und vor allem mit erfolgreichen Unternehmern und auch sehr vermögenden Menschen zu arbeiten. Warum? Weil sie den finanziellen Hebel und auch die Macherqualitäten haben, wirklich was zu bewegen auf dieser Erde. Weil wie schon gesagt, es ist fünf nach zwölf, noch lange nicht zu spät, aber es braucht jetzt ein paar Leute, die echt was tun. Und ich weiss, es wird passieren. Es geht gar nicht mehr anders. Und da ist genau das Gleiche bei mir eben loslassen. Und ich habe wirklich radikal alles losgelassen. Ich sage immer wieder, das ist auch das, was ich meinen, den Menschen sage, die ich begleite. Bist du bereit, all in zu gehen? Ja? James Bond, Casino Royale, Pokertisch, Chip rein, all in. Natürlich kannst du verlieren und die Chips sind alle weg. Aber ich habe gelernt, aufgrund meiner vielen Krisen, die ich durchstanden habe, auch finanzielle Krisen, dass immer eine Türe aufgeht. Und wenn du dem Ruf deinem Inneren folgst, kann nichts schief gehen. Es wird gelingen. Ja? Und wir können alle nicht in die Glaskugel schauen und was da passieren wird und die absolute Sicherheit. Die kriegen wir nur, wenn wir uns vertrauen. Und eben deshalb loslassen, Dinge, die keinen Platz mehr haben im Leben, zu verabschieden, freundlich zu verabschieden, wertzuschätzen, um Raum zu schaffen. Und dann kommt auch die Kraft und die Zeit und eben dieser Raum wahrzunehmen, zu beobachten. Ich hatte Chefs, auch nach acht Jahren, Georg, in einem mittelständischen Unternehmen mit vielleicht 250 Personen, die gearbeitet haben, die haben immer noch nicht die Namen aller Menschen in diesem Unternehmen gekannt. Wir sind wieder beim Thema Menschlichkeit. Ja bitte, wo kommen wir denn da hin? Ich weiss noch, mein Stellvertreter als Divisionsleiter in einer wirklich grossen Unternehmung, mein Stellvertreter war eigentlich immer präsent und dann fragt mich eines Tages der Chef, der Stefan, wer ist das eigentlich? Du redest immer vom Stefan und sage, das ist mein Stellvertreter. Also bitte, Divisionsleiter 300 Leute habe ich da, also hatten wir in der Division, du müsstest doch den kennen, aha, ah, der Stefan, ah, stimmt, ja, der hat den nicht gekannt, war ihm absolut egal, oder? Und da fängt es eben an, Wahrnehmung, dir Raum zu lassen und eben dieses Interesse auch zu zeigen für das Gegenüber. Ja, und loslassen, das ist also ein Begriff, den man ja oft hört. Mir gelingt es jetzt schon sehr gut, aber es war eine lange Riesenherausforderung. Ich habe das Gefühl gehabt, habe ich lange schwer getan, Menschen loszulassen, weil ich irgendwo dann traurig war. Und andererseits loslassen heißt ja auch, die Kontrolle aufzugeben. Und die Kontrolle ist ja bis dato bei vielen Unternehmern das Instrument gewesen, warum das Unternehmen funktioniert hat. Und ich möchte da wirklich, selbst wenn es nimmer geht und irgendwo in die Sackgasse führen, es gibt einen danach, wir wissen am Anfang vielleicht noch nicht, wo ist der Sinn, aber es ist dann wie eine Neugeburt. Und das hört man ja bei vielen, vielen Unternehmen, wenn man die größten Herausforderungen sind in der Nachbetrachtung, die größte Chance. Und eines, Andreas, möchte ich noch sagen, weil du ja mit sehr wirtschaftlich, monetär erfolgreichen Unternehmen zu tun hast. Mein Denken ist auch größer geworden. Ich mache jeden Tag in der Früh eine Atemverbindung. Übers Atmen kommen so viel Klarheit, so viel Verbindung. Und es war das Thema Finanzierung. Und ich habe erwähnt, am 12. Mai haben wir ja Unternehmerfrühstück, wo Medien dabei sind. Und ich werde da einen Mäzen oder mehrere präsentieren. Und ich hatte, ich sage es ganz offen, die Zahl 2 Millionen für die Ökonomie der Menschlichkeit, die da war. Und das wäre vor ein paar Monat oder ein paar Monate noch nicht da gewesen. Richtig Geld, das unserer Zukunft, den Menschen im Land dient, das wir als Gesellschaft eine Zukunft haben. Und wenn einer viel Geld hat, diese Emotionen und diese Dankbarkeit, die da zurückkommt, die kannst du mit x Immobilien und Erfolgsbeteiligungen an Unternehmen nicht schaffen, sondern da geht es richtig um die tiefe seelische Berührung. Und ich habe auch schon die Emotionen dort an dem Tag, wo wir diese Menschen präsentieren. Das wird eine sehr emotional tief berührende Geschichte werden. Und da hat sich seit uns an allen Wochenende auch bei mir ganz, ganz viel getan, dass ich einfach spüre, das Geld darf den Menschen dienen. Man darf was hinterlassen, was auch für den Nachmittag einfach einen Sinn hat. Jetzt könntest du vielleicht sagen, 2 Millionen sind ja nicht viel, aber in meiner Denke ist das schon ein schöner Betrag, wo ich ganz, ganz dankbar bin, dass wir finanziell unabhängig wirken können. Du weißt ja auch, Gregor, die Wanderung, wir haben minimalistisch gewirkt. Es war so ein großer Wunsch da, aber es braucht für uns alle Geld und sonst ist es eine Selbstausbeutung. Und das mache ich mit mir nicht mehr. Absolut richtig. Also Geld ist letztlich nur eine Form der Energie. Und ich sage immer wieder, ja, gewisse Leute, die schauen noch auf den Return on Investment. Auch gewisse Impact-Investoren, die ja wirklich tolle Dinge auch tun und Sustainable Funds, also nachhaltige Fonds aufsetzen und so weiter. Aber es geht eigentlich nicht mehr. Also so aus meiner Warte, als Legacy-Maker sage ich, geht es nicht mehr um den Return on Investment. Es geht um den Return on Impact. Das heisst, den Impact, den du tust, auch mit deiner Ökonomie für die Menschlichkeit, wird einen Return ergeben. Und dieser Return ist nicht monetär zu messen, weil es eigentlich überhaupt nicht in diesem Sinne ist nicht bezahlbar. Weil es ist Erfüllung, es ist einen Beitrag zu leisten für Generationen. Und vielen Menschen fehlt ja diese soziale Anerkennung. Sie suchen ja immer nach sozialer Anerkennung auch. Auch einflussreiche Menschen. Menschen. Und genau das ist ein Nenner, sage ich, von Return on Impact, auch eine gewisse Anerkennung zu kriegen. Nicht, weil man sie im Ausnehmer sucht, sondern weil man dann wirklich fühlt, ich habe gelebt. Ich habe den Sinn gefunden. Ich bin in meiner Tätigkeit und in meinem Element voll aufgegangen. Oder überhaupt noch zu denken, man fühlt es dann einfach. Das ist ein Return, der ist unbezahlbar. Und auch monetär in diesem Sinne überhaupt nicht mehr zu messen. Und ich sehe das immer mehr. Es spielt dann auch keine Rolle mehr, weißt du? Sondern es geht dann wirklich um eine ganz... Es geht um eine nächste Dimension von Größe. Ich habe das an mir erlebt, oder? Du strebst nach allem und ich habe wirklich fast alles erreicht im Außen, kann man sagen. Ich habe drei Studienabschlüsse und blablabla. Ich muss das nicht alles runterbeten. Aber letztlich ist es schon groß. Aber die nächste Dimension von Größe, das ist echt, wenn man spürt, ich bin in meinem Element und ich habe der Welt etwas zurückgeben, was für mich passt. Deshalb philanthropisch unterwegs zu sein, das ist toll. Aber wenn wir die Philanthropie oder dieses Impact Investment noch mit dem eigenen Purpose in Einklang bringen, dann hast du eine so gewaltige Power. Dann bewegen wir wirklich ganz Großes auf dieser Welt. Da bin ich überzeugt. Du, Andreas, ich bin ein Fan von Spontanität. Und du warst ja im Spital auch beim Finale dabei. Da war Joachim Schaffer-Suchumil. Wir machen da so einen Online-Impuls mit ihm. Zum Thema Sprache, was braucht die Sprache etc. Und ich habe jetzt richtig das Bedürfnis. Und das wäre jetzt konkret die Abschlussfrage. Wärst du bereit, für Unternehmer und Unternehmerinnen in der Ökonomie der Menschlichkeit einmal eine Stunde zu machen? Ja, genau für diese Themen. Wie finde ich meinen wirklichen Weg im Leben? Was braucht es in dem dazu? Ich sehe ja schon viele Unternehmen, die folgen schon der Freude. Die haben ein tolles Produkt, Dienstleistung, also unser Schneider zum Beispiel, neunte Generation und viele andere. Aber es ist oft anstrengend. Es ist oft wiederholend. Sie tun sich oft ganz schwer, sich Räume zu nehmen, einmal rauszugehen, was so wichtig wäre. Und wenn sie es dann tun, tut es ja extrem gut. Und die sind ja dann immer wieder dabei. Und der Weg der Menschlichkeit, der wird auch entstehen, wo die Meetings im Freien da machen, was der Gregor so wichtig wäre. Es entsteht viel. Aber konkret wärst du für so einen Online-Impuls, wie immer der ausschaut, müsste man und definieren, grundsätzlich bereit, um den Unternehmern dein ganz, ganz großes, praktisches Wissen weiterzugeben? Ja, also jederzeit. Ich habe in der Vergangenheit viele Webinare gegeben. Ich habe zwei große Summits online organisiert, einen zum Thema Berufung, der andere zum Thema, unter dem Thema Zukunftsummit. Da habe ich über 40 Speaker eingeladen, Unternehmer, Trainer, Experten zum Thema Purpose, Potenzialentfaltung, Zukunftsforscher habe ich eingeladen. Also ich bin jederzeit bereit. Ich bin auch um den 20. März wieder eine Woche in Österreich unterwegs. Ich werde dann in Wien ein Radiointerview geben, eine Stunde lang genau zu diesem Thema auch. Berufung, Purpose und einen neuen Weg finden. Also jederzeit. Ich bin auch offline zu haben. Also da bin ich, wenn ich schon so spontan nach Bargast einreise und mit euch mitzuwandern, dann hast du mich auch hier dabei. Da hast du mein hundertprozentiges Commitment auf jeden Fall. Wir machen das, Andreas. Ganz, ganz große Freude, weil diese aufbauende Energie, das ist genau das, was mir auch so gut tut, wenn man nimmer in der Angst ist und nimmer in der alten Welt, die blockiert, sondern du strahlst so viel Freude aus und Erleuchtigkeit. Und genau das ist, glaube ich, die ganz große Inspiration. Wenn wir den Weg der Freude folgen, das lebst du. Andreas, vielen, vielen Dank. Bis auf Weiteres, mein Freund. Ja, bitte gern geschehen. Ich danke dir. Vielen Dank und viel Erfolg, ja.